Ein Datum, der 4. August, der größte Tag in der olympischen Geschichte, von dem du noch nie gehört hast. Der Tag, an dem Grenzen überwunden wurden, an dem der menschliche Wille die Kräfte der Diskriminierung bezwungen hat. Rassismus, Sexismus, Altersdiskriminierung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Ein Tag, an dem wir uns vereinen und den Fortschritt der Menschheit feiern können. Ein Tag, an dem wir gemeinsam höher, schneller, stärker werden. 4. August, eine olympische Odyssee. Das Doku-Event. Mittwoch bei Eurosport und auf Discovery+.